so wer ist jetzt dran im halbfinale schon ich glaube halbfinale jetzt oder ein viertelfinale dortmund gegen latio ja genau da habe ich real so sitat gespielt ja tschuldigung du bist ja Ja Lazio 5 zu 0 gewonnen das Hinspiel, das heißt Dortmund braucht jetzt 5 Tore, wenn Lazio ein Tor schießt brauchen sie 7, läuft eben für sie. Und Schöne! Gut sie brauchen sieben. Sieben oder? Wie hat der Engie schon gesagt? Wir schaffen das. Das ist jetzt der erste Teil. Nein der zweite. Entschuldigung. Das ist der zweite Teil. 05. 05. 05. 05. 05. Und nach sieben Minuten ist diese Partie wieder gelaufen. 05. 05. was soll ich sagen? nein und Milenkovic Savic unglaublich wie ist noch mal der Knopf dass der schnell aufsteht ich glaube noch mal vier paar Mal oder so ok nein ui boah schon da haben wir eine gute Sache in einer guten Form das sieht man ich denke ich bin nicht die 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 Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Keine Veränderungen hier. Panasio. 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 Ups Oh, danke Jetzt haben wir rechts Ja, Renntreffe Vögel macht Na, lassen wir es so Hm, Immobile Na, der ein bisschen im Torsperre hat, traf man nicht in den letzten Spiel auch nicht beim Funktionen Ja, aber ich denke, das erste Halbfinale-Duell ist gesichert gut nachzugegen die Bayern Also von Bayern-Seite auf jeden Fall Oh Oh Oh, ja Und jetzt alles Gescheißen Unmöglicher Winkel Es ist auch sein Achtertreffer 421 Eieiei Das gehen wir sicher nicht mehr hoch Oh 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 Ja Milenko Savic wird gehen Gute Partie von ihm Der Kapitän Geht mit erhobenen Haupt Von Platz 1 Lazio bis ins Halbfinale geführt einmal Dort wartet ein sehr schwerer Gegner Double So Und Hier carte Tio, du bist Papa. 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 Tio, du bist Papa.